O wie O-Beine. Ganz viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind durch die Stoffwindeln so richtige O-Beine bekommt. Da müsst ihr euch aber überhaupt gar keine Sorgen machen. Es ist vollkommen normal, dass ein Neugeborenes und auch ein Baby und auch sogar noch ein Kleinkind, dass dessen Beine so ein bisschen o-formig geformt sind. Das ist völlig normal und ungefähr nach 24 Monaten verschwindet das. Dann wiederum bekommen die Kinder mehr so x-Beine, so das gesamte Kindergartenalter. Und so kurz vor der Einschulung ungefähr, da haben die Kinder dann gerade Beine. Aber das ist entwicklungsphysiologisch völlig normal. Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen und es hat überhaupt gar nichts mit den Stoffwindeln zu tun.